So, die Orte werden immer stranger, heute im ganz alten Rekord. Heute beginne ich tatsächlich von Hauptbahnhof, ein steiner Vlog. Wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder, ich treffe jetzt erstmal Schlepp-Freunde. Wir sehen uns gleich wieder und ja, jetzt kommt erstmal das Intro. Aber es bleibt unser Verein, was auch immer geschieht. Nicht die Hautfarbe und nicht die Herkunft und nicht die Religion. Ihr zählt Charakter. Was ist dein Tipp? 2-1 Start. So, wir gehen in den Start-U-Reins, erstmal in diesen Vlog. Boah, und was ne Sicht. Boom, bam, 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 bam. Schau mal her, was eigentlich dein Tipp? Ich sage 2-0. 2-0. Und du sagst immer noch 2-1? Ja. Start. Ja. Ja. тел. Ja. 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 Im Tor mit der Nummer 30, Peter! Mit der Nummer 6, Milo, mit der Nummer 7, Felix, die Zehnklick, die Sechzehnklick, die Sechzehnklick, die Schiedler, mit der 17, Kastrup, mit der 21, Florian, Flieg! Mit der 23, Bakbo, und die 35, Milo, und die 36, Lukas, Schleimer, mit der 30, Janis, Hohen! Alle, 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 alle! Und da einmal ist die Kurve, und das Schleunzenklick, alle, 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 alle! Alle, alle, alle! Alle, 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 alle! Alle, 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 alle! Alle, 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 alle! Böller Dailies! 1 0 Der Klopp Ihr macht 100 Sport kaputt Ihr Wichser 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 5 7 4 5 7 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 Diegabooom! Ja, das ist! Vielen Dank. 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 Bye. 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 natürlich hat der wind da ihn wahrscheinlich nicht gesehen ich habe es nicht ganz genau gesehen aber wer in den letzten minuten spekuliert einfach wie gesagt ich habe sogar noch matze daily und den club youtuber getroffen mit dem club youtube habe ich leider komplett verpeilt wurde gemacht aber ich hab mal zu getroffen hier ist das bild irgendwo und im cash tiern hier super korrekter typ wie gesagt ich wünsche mir das beste also wirklich irgendwann hoch 10 und auch der club typ hat sogar zu mir gesagt die gefühlt 50.000 youtube 100 hat sogar zu mir gesagt meine vlogs findet er gut und ich soll weiter machen auf jeden fall eine riesen ärre für mich dass beides gesagt haben und ja ok und was hat auch gesagt ja also sorry aber 3 1 darf man nicht 3 3 verlieren gebe ich 100 prozent recht checkt auch da gerne heute nacht oder heute oder morgen früh packt es euch dann sofort in die untergang story wenn matze sein video rausgepasst hat wie sagt super 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 korrekter typ ja und auch mich laut wenn ich mich laut und auch super korrekter typ und ja aber club tv einfach ehrenmann und ja auch noch groß was sagen zu diesem spiel wie gesagt das eine tor darf man nicht verhören zu stimmen kann man was sagen die war geisteskrankheit und ja wie gesagt ich verabschiede mich jetzt und bis dahin ein fränk schiss servus und bis bald servus 3 ja 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 Bis zum nächsten Mal.